So Leute, und hier sind wir wieder mit einem neuen Part von Let's Play Disney Mickey Epic und wir haben es in den letzten Part jetzt endlich mal geschafft nach Ventureland zu kommen. Und jetzt schaue ich mich mal um. Ich habe gerade mal geguckt, hier ist Mii von Peter Pan. Ja, das ist er. Wollte auch ein bisschen aussehen wie so ein Zwerg von Schneewittchen und die sieben Zwerge, so. Was hat er denn für Probleme? Bist du nicht Mii, Captain Hooks Handlanger? Ein Handlanger, man sollte wohl besser sagen. Ich wäre es, bis der Captain uns aus der... ...ehm, alle schrecken lief. Warum, was ist passiert? Wir mussten fliehen, jawohl. Der Captain brauchte uns zur Totenkopfinsel. Brauchte uns zur Totenkopfinsel. Baut das laut. Ein verwendete... ...ehm, ein Monster zu verwandeln. Au. Okay, das kann ich verstehen. Ganz schön abstrakt. Ich finde diese Animationen ja ziemlich stylisch gemacht. Also diese Filmsequenzen, besser gesagt. Ja, klar. Captain Hook, diese schreckliche Maschine, hat uns aus Tortuga verjagt, äh, gejagt. Du willst ihn aufhalten? Zuerst musst du, äh, ihn finden. Dazu musst du die, äh, Türöffnervorrichtung reparieren, die wir kaputt gemacht haben. Hm, du brauchst ein, äh, Schiffsrad, äh, ein Schiffsrad. Meine Crew hat, äh, vor kurzem, äh, eins an, äh, was Tiki's, äh, Tiki's Sam verkauft. Okay. Damien, der Seebär, äh, dieser große Kerl mit dem, äh, verliebten Blick, äh, hat, äh, die Galleonsfigur. Screwvy Pet, der verschlagene Kamerad, äh, beim Mast, äh, äh, hat sich, da, hat sich den Kompass, äh, geschnappt. Also ist das gar nicht, äh, Moody, obwohl er genau wie Moody aussieht, ist ja auch mit so einem Gewernern. Egal, hier werden tatsächlich einfach mal die Charaktere mal ein bisschen kopiert. Wenn du mir die Sachen bringst, kann ich die Vorrichtung, äh, für dich reparieren. Bring alle Gegenstände zu er, äh, äh, bring, äh, bring alle Gegenstände zurück. Dann bekommst, äh, dann kommst du nach Tortuga. Aufsache hinzugefügt. Die Tür, äh, in, äh, Venture Lange. Okay, und hier ist eine Truhe. Ach, naja, da komm ich ja nicht hin, du heulst da rum, du. Da sind Augen in den Pischen. Oh, guck mal hier, eine, 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 Energiefunken. Da war schweingerhaft, so. Und Geld. Ich denke, hier könnte ich reich werden. Was will, was will denn hier, wie heißt der, Scroopy Joe oder so? Oder Scroopy, wein ich, Scroopy Pisser? Scroopy Pet. Smee hat gesagt, du brauchst meinen Kompass, was? Nicht so schnell. Ich vermisse einen persönlichen Schatz und glaube, er ist in einem, äh, in dem Baumhaus. Antonio hat ihn genommen, damit ich erwachsen werde. Aber das ist, äh, Diebstahl. Äh, äh, ich hab keine Beine zum Klettern. Wenn du, äh, wenn du ihn holst, geb ich ihn dir gerne. Äh, geb ich dir gerne den Kompass. Äh, mit diesem Schlüssel kannst du ihn finden. Nimm ihn. Warum kannst du nicht klettern? Dir fehlt nur lediglich ein Auge, wenn überhaupt. Ich werde dir den Kompass, äh, ja verkaufen. Aber ich hätte lieber meinen Schatz zurück. Ja, dann geb ich dir deinen Schatz. Das wäre ja immerhin das Bessere. Und, äh, der da hinten, der scheint wohl, wohl gesund zu sein. Was ist das denn? Äh, noch einer. Das ist, äh, Daisy. Mickey, wie in aller Welt bist du, äh, denn hierher gekommen? Oh, ich sehe, äh, heute leider nicht so toll aus. Die Krabbeltronics des verrückten Arztes waren richtig schlimm. Keine Sorge, ich will den Rest von dir, Daisy. Wo bist du, äh, wenn du, äh, wenn du weißt, was ich tun soll? Äh, äh, mein Held. Ich weiß nicht mehr, wo ich, äh, kaputt ging. Aber da waren ziemlich viele Piraten. Moment, hast du gesagt, noch einer? Hast du Donald gerettet? Es gibt, äh, es gibt auch einen Donald-Animatronic. Wirklich, Oswald, äh, kannte den, äh, echten Donald nicht. Tut mir leid, aber, äh, tut mir leid, Daisy, aber wir haben Goofy-Animatronic gefunden. Oh, Goofy. Pff. Eingott sind die schnell hier. Auf den Zug gefickt findet. Boah, jetzt muss ich noch mehr Animatronic-Teile finden. Egal. Machen wir das doch. Ahoi, äh, 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 Ahoi, ich Bootsmann Blake. Äh, freue mich sehr, dich, äh, dich zu sehen. Ich bin schon zu lange hier. Äh, ich verliere meine, äh, äh, Sehfestigkeit. Verstehst du? Wir Piraten sind Flüchtlinge hier. Lass dir die, äh, traurige Geschichte von Smee, äh, erzählen. Äh, äh, okay, ich hab gedacht, zu dir müsste ich hin, aber egal. Was schämen, was schämen, was schämen, was schämen, was dahinter der Hause ich, ne? Boah, mir juckt der Arm. Boah, mir juckt der Arm. Boah, was juckt mir der Arm. So. Ähm. Meine Fresse, was juckt mir der Arm? So. Ähm, und hier fehlt ganz viel vom Dach. Boah, fehlt hier, boah, fehlt hier viel vom Dach. Und, was, 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 was ist das hier? Was, 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 was soll der Scheiß? Was? Ich frage mich, wofür diese Maske ist. Äh, äh, egal. Wurscht. Wurst. In Fachkreisen auch Hans genannt. Äh, hier sind wir, äh, natürlich, hier ist immer gefährlich. Und das sieht mir hier auch gefährlich. Äh, äh. Boah, wo, wo hänge ich denn hier jetzt schon wieder fest? So, ich möchte hier gerne raus. Boah. Okay, hier sind Fässer mit Verdünner. Und ich sehe gerade, ich habe jetzt gerade genauso viel Farbe wie Verdünner. Mir juckt schon wieder der Arm. Boah, was ist denn los hier, ey? Wahrscheinlich kriege ich Geld oder so. So. Oh, mein, ein Krummsäbel, ein Fes? Du scheinst mal ein, äh, ein, äh, ein, äh, ein, 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 ein Pirat aus dem Nahen Osten zu sein. Singapur vielleicht oder, oder Indien. Ähm. Da muss ich denn eigentlich so sprechen. Hallo, Micky, ich bin Damien, der D-Bär. Hey, bist du, äh, bist du noch ein, äh, äh, bist du noch eine Maus von Welt? Du nicht zu, äh, du weißt nicht zu, weil ich, äh, was meine Frau sich wünscht? Eis oder Blumen? Äh, Blumen sind in Wales nicht schwer zu bekommen. Aber Eis ist kein Problem. Alle Ketum. Abracadabra. Äh, ich weiß, äh, äh, ich bin zu schüchtern, um sie selbst zu fragen. Aber, äh, mit dem richtigen Geschenk, äh, kann ich sie, äh, äh, bestimmt, äh, für mich gewinnen. Ja, ich besitze eine Galleonsfigur, aber ich kann sie nicht, äh, von, ich kann mich nie von ihr trennen. Die, äh, sie sieht wie meine süße, äh, Henrietta aus. Äh, die Figur erinnert mich an sie. Aber wenn Henrietta mein wäre, würde ich sie, äh, äh, bläh, würde ich sie dir, äh, mit, äh, Freund, äh, geben. Okay. Das ist Henrietta. Um herauszufinden, äh, was, äh, was sie, was sie sich wünscht, musst du sie fragen. Sie ist gleich da drüben. Äh, sie kann launisch sein. Und, äh, das falsche Geschenk würde sie, äh, würde sie mit Verachtung ablehnen. Da müssen wir also mit Tricks arbeiten, so wie wir angezogen sind. Wo ist die denn? Wo ist denn Henrietta? Ach, hier, hier, hier sitze. Nein! Ein Mensch ist in eine Zeichentrikot verliebt, die auch noch schwarz-weiß ist. Henrietta. Ich liebe es draußen, frische Luft, Bäume, Pflanzen, wenn ich, äh, wenn ich es doch nur, äh, wenn es doch nur mehr Blumen gäbe. Der Duft eines Blumenstraußes würde auch den Piratengestank überdecken. Äh, 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 ich genieße es nicht mehr bei der, äh, äh, bei der Eisdiele, äh, äh, in der Main Street zu sein. Die ganz, äh, die ganzen Kerle brachten, äh, mir immer Eis, um mein Herz zu gewinnen. Ähm, ich verrate dir was, ich habe, äh, Laktoseintoleranz, Laktoseintoleranz. Ich kann keine Milch trinken, als Kuh. Du bist aber eine ganz arme Sau. Äh, 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 schon wieder so witzig, ganz arme Sau. Du bist ja gar keine Sau. Ähm, äh, und ich sehe hier einen, einen eigenartigen Felsen, wo ein, Moment, Moment mal, wo, äh, wo ich drauf kann, so. Ah, ich kann hier weiter hoch. Und hier sehe ich doch noch was. Glaube ich. Vielleicht vertue ich mich auch. Achso, achso, ich kann hier drauf, so. Äh, das ist wieder so eine komische, so eine eigenartige Masse, weiß ich so. Äh, möchtest du das Baumhaus betreten? Ja, klar. Wahrscheinlich so groß wie diese, uh, ein Teddybär. Hier ist kein Schatz. Nur, äh, meinst du, Pat will diesen Bären? Auftrag aktualisiert. Screwy Pets Kompass. Das wäre cool, wenn er nur den wollte. Dann hätte ich die erste Aufgabe ja schon bestanden. Köm. Aber hier waren ja noch mehr, bläh, Baumhäuser, glaube ich. Oder auch nicht. Oh, Farbe brauche ich eigentlich nicht. Du bist doch Screwy Pet, oder? Nein, der ist der einäugige Iren, oder so. Dieser Laden, äh, dieser Laden, äh, ist zu kleiner. Ich hab, äh, bläh, ich habe nur ein Auge drauf. Ein Auge. Ziemlich langweilig. Äh, ich schau einfach zu, was die anderen so machen. Screwy Pet, äh, da drüben, beobachtet schon die ganze Zeit das Baumhaus. Er will das, äh, will das schon hoch. Aber dieser, äh, 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 Antonio gestern, äh, hat ihm, hat ihm, hat ihm, hat mit ihm gesprochen. Und Damien, der Säbe, ist seit Tagen von diesem Mädchen hypnotisiert. Armer Kerl. Aber ich hab gelernt, äh, dass man sich auch, äh, bäh, dass man sich, äh, aus, äh, sowas besser raushält. Äh, seit ich mein Auge verloren hab. Ich glaube, du verhältst dich ganz richtig. Aus den Sachen, die dich nicht an, bei die dich nichts angehen, besser raushalten. Äh, und hier gibt's zwei Leute, die wie Screwy Pet aussehen. Ich glaube, er ist das aber. Da bin ich ja mal gespannt, willst du das hier haben? Äh, er ist es, mein Schatz. Ja, ich hab meinen Teddybär, Schatz, getauft. Getauft? Du weißt schon, weil er doch jede Nacht so nah bei mir ist. Du kannst diesen alten Blechkompass haben. Danke, Micky. Okay, die sind ja ziemlich nett und freundlich, diese Piraten. Haben nur ein paar eigenartige Verlangen. Wir brauchen immer noch das Schiffsrad. Äh, und die, äh, Gallionsfigur. Okay, dann versuchen wir die mal zu, bläh, zu, bläh, zu bekommen. Und die fragen mich gerade, wo zum Teufel bekomm ich Blumen? Und ich kann hier reingehen. Willst du die Tiki-Hütte betreten? Ja, klar. Ich krieg bestimmt hier Blumen her, oder? Aber wahrscheinlich für so ganz, ganz, ganz viel Geld. Was ist das denn? Was, wie heißt der? Tiki? 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 Sam? Tiki Sam, so. Willkommen in der Tiki-Hütte. Ich bin Tiki Sam, ein Tiki-Kenner. Äh, es heißt, dass du ein Schiffsrad brauchst, hm? Ja, ich hab eins. Von den Piraten, die meine, äh, Tiki Sammlung geplündert haben. Die besten drei Tiki-Masken, äh, die es gibt, jetzt, äh, äh, die es gibt, äh, jetzt irgendwo im Wind verstreut. Finde, äh, finde, äh, allerlei Masken und ich gebe dir, äh, ach so, okay. Okay. Ja, bitte. Heißt aber, ich muss auch noch irgendwo Blumen herkriegen, also ich könnte es mir wieder einfach machen. Also gibt es im Prinzip drei, äh, drei Optionen, sag ich mal. Ähm, ja. Müsste ich mal gucken. Ja, wo kriege ich hier Blumen her? Das ist hier die Frage. Antwort mir, du gremiges Schicksal. Bäh. Och Gott. Lass mich doch mal da hoch, du. Du, du. Dumme Maus, du. So. So. Aber ich habe hier auch noch nirgendwo noch, bläh, eine Maske gesehen. Ich projiziere das mal dahin, so. Obwohl, Moment. Ich schaue mal, was ich hier so wegprojizieren kann. Wer weiß, was ich hier so finden kann. Okay, hier ist nur leere Fassade, sag ich mal. Aber was ist... Bäh. Och Gott. Licky Maus. Was ist beispielsweise... Hier ist auch nur Fassade. Und hier? Nichts. Ich muss viel mehr tricksen hier mit den... Och Gott. Mit den, äh, mit den, mit meinen Farbenzeugs. Bäh. Farbenzeugs hier. Kann ich die Tiki-Hirt hier betreten? Obwohl, sie sieht nicht besonders betretbar aus, sag ich mal. Kann ich auch nicht rein. Was ist denn da oben? Vielleicht, äh, ich sehe da oben die Maske, aber ich weiß nicht, wie ich da raufkomme. Eventuell über dieses Haus. Heißt, wenn ich es schaffe, da irgendwie hochzukommen. Also hier rutsche ich, glaube ich, runter, ne? Ja, also hier ist schon mal ganz öde. Hier hieltet ja nicht. Vielleicht da hinten her. Ah, Moment, ich kann hier hinten her gehen. Ah, Moment. So, ah, hier sind wir doch. Moment, Moment. Achso, nee, ist nur Fassade, so. Irgendwas. Nein, auch nur Fassade. Hausfassade. Was ist denn das Grüne hier? Okay, es ist wohl anscheinend ziemlich viel Geld. Ist doch eine Maske. Ich möchte den aber mit seiner komischen Kugelitner zusammenbringen. die an Laktoseintoleranz leidet. Fragt sich nur, wo ich Blumen herbekommen. Bläh, wo ich Blumen herbekommen. Ich mache hier nochmal den Rest von der Fassade hin. Ähm, Moment mal, kann ich da in das Haus reingehen? Nein, das sieht nicht so aus. Ah, Momade! Ich gucke nochmal, ob ich da doch noch irgendwie reinkomme. So. So. Ach herrje. Äh. Ich muss doch gerade sagen, da war doch was. Da, bläh. Da war doch was. Ah, bläh. Bläh. Nein, ich kann hier herlaufen. Oder auch nicht. Nein, hier ist es ganz gefährlich. Boah, ganz, ganz gefährlich. So. Aber ich kann hier noch mehr Hausfassade hinmalen. Pinmalen. Mit Art Attack! Ähm. Ja, hier ist nix, bäh. Aua. Aua, Aua, Aua. Meine Schmerzen steigern sich ins Unermessliche. Was? Das Geld. Wie komme ich da denn bitte hin? Was ist denn das? Das sieht aus wie eine Laterne oder so was. Ja, ich hab so eine Maske. Ja, komm, dann gebe ich halt die Maske ab. Vielleicht kann ich bei denen ja auch noch eine Blume kaufen oder so. Es wäre ja praktisch. Möchtest du? Ja, möchte ich. So. Was ist denn das hier? Das ist ein Hinterzimmer oder so was. Ein Hintertürchen. Ähm. Du hast alle meine Tiki-Massen gefunden. Vielen Dank. Äh, hier ist das, äh, Schiffsrad, das du brauchst. Ansonsten lasse ich es einfach so. Danke nochmal, Micky. Äh, vielleicht habe ich, äh, später noch, äh, was, äh, habe ich noch Arbeit für dich. Jetzt brauchen wir nur noch die, äh, ja gut, wir brauchen, müssen den ja sogar noch damit zusammenbringen. Die Galleonsfigur von Damien, dem Seebären. So, vielleicht kann ich bei ihm ja jetzt, äh, weil er ja ein Shop ist, vielleicht kann ich bei ihm mal Blumen kaufen. Ich habe hier vielleicht ein paar Sachen, die, äh, die dich interessieren. Na, aber immerhin ein Shop gibt Micky eine Gesundheit zurück, stellt die, äh, ein Segment von Mickys Farbe wieder her, bla. Micky versucht, das Chaos zu beseitigen, das er angerichtet hat. Was? Was mehr hast du nicht? Du kannst jederzeit einkaufen, Micky. Nee, bei dir nicht, du hast ja ein ziemlich blödes Sortiment hier. Woanders kann ich dafür Animatronic-Teile kaufen. Die sind viel mehr wert. Aber hier war noch so ein komischer Kerl, der aussah wie, äh, hier war er, glaube ich. Genau, hier, der, der freut sich. Oder ist das hier dieser, dieser Pad? Nein, das ist, wie heißt der, Sean Mark. Ja, Jemine, äh, tut mir leid, äh, ich hab mich erschreckt, äh, weil du so, äh, weil du so tropfst. So tropfst? Ich heiße, äh, ich heiße, äh, John, äh, Mark. Äh, zu Hause war ich der Beste, warte. Äh, hast du das gesehen? Eine Bewegung in den Bäumen. Ein Eichhörnchen? Nein. Äh, nein? Also, ich wollte sagen, ich war der beste Ausgucker. Äh, warte, äh, warte schon hier, äh, warte schon wieder. Nein, äh, vergiss es. Ich hab gesehen, wie du, äh, eine Tiki-Maske von der Spitze des Urturms, äh, äh, anstarrst. Wirklich. Okay. Äh, ich mach an dieser Stelle aber auch erstmal wieder Schlüssel und, äh, äh, schluss, Leute, und sag bis zum nächsten Part. Also, äh, ciao.